So, herzlich willkommen zurück zu Jacky und das Auge des Schicksals. Wir reden jetzt erstmal nochmal mit den Gefangenen. Wie gesagt, weil da war ja noch irgendwas mit so einer Vase oder so. Und mit der Metalltür da, also das ist doch... Genau, da müssen wir doch... Genau, der Preis irgendeiner Vase oder was der da labert. Da müssen wir auf jeden Fall jetzt mal eine kleine Info abgeiern. Die geben mir nur Fuppe. Was? Fuppe. Ach so. Genau, Fuppe. Du bist durch den Wind. Habe ich gut nach... So, irgendwie müssen wir jetzt halt... Ja, herausfinden, was es mit dieser Vase auf sich hat. Das könnte ein bisschen... Joa, kompliziert werden. Die geben mir... Die geben ihm nur Fuppe. Ach so. Genau, Fuppe. Fuppe. Oh, Moment. Nein. Gut. Dann frag meinem Nachbarn, dass er mit der Snacherei jede Nacht aufhör voll. Es macht mich fertig. Gut. Er will nicht mit mir reden. Du kennst das Passwort nicht, hm? Sieht so aus. Und was ist das Passwort? Du bist ja kein Werter, also kann ich es dir fragen. Danke. Er lautet... Fäffig, Fäne für Filvermünzen. Vielleicht etwas deutlicher? Fäffig, Fäne für Filvermünzen. Fäffig, Fäne für Filvermünzen. Danke. Danke, Fäen. Dankeschön. So, jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal Bescheid. Und das kommt uns natürlich sehr gut entgegen. Ähm... Ja, dann... Wissen wir jetzt das Passwort? Und können es ihm sagen. Der zahnlose Geselle da drüben fragt, ob du das Schnarchen einstellen könntest. Wirklich? Aber sag mir erst, wie hoch ist der Preis der Ming-Vase des Mondes? Also, wie lautet das erste Wort? Sechzig. Sechzig. Aha. Und das zweite? Sechzig. Fäne für. Fäne für. Sicher nicht. Wollte mich verarschen, ich geb dir gleich sicher nicht, ey. So. Wirklich? Wie also? Das erste Laut. Äh, Wort. Sechzig. Aha. Chinesische. Chinesische. Hm. Das dritte beginnt mit... Silbermünzen. Silber. Und endet auf... Münzen. Münzen? Gut gemacht. Gut gemacht. Tja, wir können's halt nicht. Also, was willst du? Ich brauche Training. Ich brauche Training, um gegen einen Wärter kämpfen zu können. Gegen Wärter kämpfen klingt lustig. Hahaha. Aber... Du siehst diese Schlösser? Solange die an meiner Tür sind, kämpfe ich nicht gegen Wärter. Ohne mich! Warum sie ist deine Tür... Der zahnlose Kerl sagt, dass du schnauzt. Recht hat er. Und was ist damit? Vielleicht könntest du damit aufhören? Nein. Na gut. Äh, warum ist denn Tür... Warum ist deine Tür so stark verriegelt? Haha. Was für eine Frage. Ich bin Pulverfassbill und mich hält keine Tür auf. Diese Tür scheint dich aufzuhalten. Aber nur, weil ich mit meinem Meisterwerk noch nicht fertig bin. Dem schwarzen Donnerschlag. Ein Begriff, den man sich merken sollte. Keine Mauer kann dieser mächtigen Bombe widerstehen. Zwei Sachen fehlen mir noch, um sie fertigzustellen. Eine Zündschnur und Feuer. Aha. Wenn du eine Zündschnur und Feuer hast, kannst du die Mauern wegsprengen? Der schwarze Donnerschlag wird durch nichts zu stoppen sein. Oh, dann lass mich mal sehen, was ich auftreiben kann. Ja, wir werden sicher was finden. Würde ich mal sagen, auf jeden Fall. Dann würde ich mal sagen, wir gehen aus dem Fenster nochmal kurz. Und gehen mal zu dem hier, oder? Wow, ich arme. Wenn du he... Nee, der will nicht. Okay, dann hier mal. Da bin ich. Geheime Lotus-Kre... Hallo. Er will... Nun. Wenn du he... Manchmal, ja. Manchmal vergesse ich das auch. Halt mal die Schnauze. Bis dann. Können wir irgendwas noch mitnehmen, oder so? Das wäre sehr nice. Wenn Sie nicht mit der Ballerei aufhören, zerstören Sie das ganze Gefängnis. Da bin ich. Geil. Da waren wir schon. Bis... Irgendwas gibt's hier doch noch, oder? Ah, da habe ich's gebogener Knochen. Den habe ich ganz übersehen. Zum Glück gibt's dieses Hilfesystem, das dir anzeigt, was es so gibt. Für Gegenstände, die irgendwo rumliegen. Gut, und jetzt habe ich schon die Lösung, weil... Wir müssen jetzt... Nämlich, wir haben einen Knochen. Und dieser hilft uns dabei, diese... Die Sachen da zu holen, da. Geh mal rein. Hier. Damit. Ja, du Depp, du musst das Teil... Ach, ich brauche irgendein Werkzeug. Ja, du musst das Teil schon nehmen, ne? Genau. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall das Feuerzeug. Das wird nicht funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Rechtsklick vielleicht. Ich tue das mal genauer untersuchen hier. Nochmal der Teil da. Ein wahnsinnig praktisches Gerät. Leider ist das Feuerzeug leer. Ja, ist ja nicht schlimm, ne? So gucke ich mir mal genauer die Petroleumlampe an. Aha, jetzt haben wir einen Docht, Petroleum, Lampenschirm. Das scheint nicht... Das wird nicht funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich denke nicht. Das scheint nicht zu funktionieren. Ja, wir haben Docht... Wir brauchen... Wir haben ja das, was er will. Eigentlich. So. Und jetzt... Können wir da auch nichts mehr holen, oder? Ausgang zum Zellenakt. Da wollen wir nichts mehr machen. Okay. Aber... Jetzt können wir diesen Dings nicht mehr nehmen. Diesen Klunker. Okay. Geh ich mal hier hin. Nichts. Nichts. Okay, gut. Gehen wir wieder zu dem Typen, der ja diese Sachen verlangt von uns. Die braucht er ja. Und... Hallo. Auf mal rechts, genau. So. Kann er haben. Aber da geht's nicht, weil er blockiert ist. Zwei Sachen fehlen. Eine Zündschnur und Feuer. Ja, also Zündschnur und Feuer. Wir müssen das Feuerzeug... Das scheint nicht zu funktionieren. Wir müssen das Feuerzeug irgendwie auffüllen. Und zwar mit dem Petroleum. Ta. So wird mir das weiterhelfen. Ein funktionierendes Feuerzeug. Für Kinder nicht geeignet. So. Lampenschirm. Das wird nicht... Das scheint... Das wird nicht funktionieren. Ne, also... Wir haben dort und Feuerzeug. Ja, dann können wir ja jetzt den geben, oder? Zwei... Eine Zündschnur. Pff. Warte, dann geh ich halt außen rum und geb ihm da seine Sachen. Wenn das überhaupt geht, weil... Hier geht's ja nicht, weil der blockiert ist. Ich wollte ihm das Zeug hier vielleicht geben. Hallo, ich wollte dir dein Docht und dein Feuerzeug geben vielleicht. Ja, was denn dann, Kollege? Ja, ich hab dir doch... Wollt ihr doch das Zeug jetzt geben hier. Mein Gott. Nimm dein... Nimm mein Zeug an. Ich glaube, du brauchst das hier. Zack, und doch, dann ist er zufrieden. Kann er sein Ding durchführen, was er auch... Ich glaube, du brauchst das hier. Perfekt. Also schauen wir mal. Ja, spreng jetzt mal. Das muss hier hin. Das muss dorthin. Und jetzt... Nur noch anzünden. Ha! Bämms! Boah, verdammt! Toh, das hat ein ganz schönes, äh... Joa, ganz schöne Beulung hier in diese Tür reingemacht. Diese Explosion. Das ist, äh... Also nicht zu unterschätzen, würde ich sagen. So, dann gehen wir mal auf die andere Seite, weil er ist ja jetzt befreit. Tja, da geht's rein, sehr schön. Hand in Hand wird hier gearbeitet. So sieht's aus, Leute. So, was haben wir denn hier so? Ähm, ich glaube, er ist, äh... Böck. Äh, er ist da. Da vorne ist doch jemand, oder? Ah, nee, was soll das sein? Ich gucke hier mal genauer, mich ein bisschen um, weil... Man übersieht ja gerne mal was hier in Adventures. Eine Kette. Eine Kette, mit der wir leider noch nichts anfangen können. Nicht zu funktionieren. Okay, dann mal weiter zur Wandmalerei. Was für ein gruseliges Wandgemälde. Da ist er. Du hast es hierher geschafft. Sehr gut. Bitte unterweise mich in der Kunst des Kämpfens. Bitte unterweise mich in der Kunst des Kämpfens. Das kann ich tun. Ja, ja. Geheime Lotuskralle ist ein Meister der Kampfkunst. Ich will jetzt nicht schon wieder irgendwie was für euch tun, ne? Ich will jetzt hier mal... Wie ein starker Kämpfer siehst du nicht aus. Du verhönst deinen Meister? Äh, Meister? Ich werde dich unterweisen. Doch du musst meine Autorität anerkennen. Bitte würdest du? Ja. Aber natürlich. Oh, Meister des Dumpfblicks. Bitte geh... Warum denn? Ich will nicht, dass du mich weinen siehst. Also gut. Schön. Du bist der große Meister. Zufrieden? Wie wunderbar. Wunderbar. Mein erster Schüler. Also. Was willst du erlernen? Die Kampfkunst. Kämpfkunst. Nun, dann brauche ich mein Buch über Kampfkunst. Geschrieben von Geheimer Lotuskralle. Das bin ich. Ist mir bewusst. Der Wärter hat es sich geschnappt. Damit sein Stuhl nicht mehr wackelt. Hol das Buch vom Wärter zurück und ich werde dich unterweisen. Tja. Sehr toll. Wie soll ich das jetzt holen, Mann? Bist du doch so ein Bauer, weißt du das? Ich muss hier die ganze Zeit irgendwelche Sachen machen. Ja. Und irgendwelche... Ja. Sachen zu denen zurückbringen und so. Hand in Hand arbeiten und... Ja. Mehr kommt dabei ja anscheinend nicht raus. Das gnärigt mich hier gerade ein bisschen auf, dass ich hier nicht weiterkomme. Ich komme schon weiter, aber... Ja. Die ganze Zeit für andere Leute da die Sachen holen. Ja. Das nervt dann schon ein bisschen hier. Eine Tür. Soll ich jetzt dieses Ding hier holen von dem? Das ist so gefährlich. Ja. Und der Bauer da... Redet der noch mit mir oder wie sieht's aus? Bist du ein Gefängnis? Ja. Dann mach ich ja... Nee, das kann man nix machen hier, ne, mit dem. Ist okay, dann halt nicht. Gefangener. Wo geht's denn hier die Tür rein nochmal? Ah, genau. Hier. Da wollte ich runter. Und jetzt... Muss ich mir das irgendwie holen. Kaputter Stuhl. Was hast du denn hier vor? Kaputter Stuhl, da war doch gerade was hier. Ich vermute, irgendwann war er mal hübsch und neu. So vor tausend Jahren. Ich vermute, irgendwann war er mal hübsch und neu. So vor tausend Jahren. Kann ich hier rein zur Steuerzentrale? Also. Schon ein harter Kämpfer geworden? Nein. Vielleicht kannst du mit der Petrol, mit dem Lampenschirm irgendwas machen. Also. Nee. Fast. Okay. Dann nicht... Also. Nichts... Nichts also jetzt. Ich will nicht kämpfen. Ich muss mir jetzt was einfallen lassen, wie ich diesen Bauer da ablenken kann. Und da hab ich nicht gerade viel zur Auswahl, ne, Leute. Ich kann hier auch gar nichts einsammeln, also von daher... Was hast du denn hier vor? Verhaltensregel... Ja, wissen wir. Waffenbesitz in Haft. Gut, da weiß wirklich keiner was, irgendwie. Ja, muss ich mir was anderes einfallen lassen, ne? Die Tür ist abgeschlossen. Abgeschlossen, okay. Dann wieder zurück. Und dann... Eventuell... Hier dann Gefangenenfragen oder so. Warum quatschst du schon wieder mit mir? Ach, der will mir nicht helfen, der kleine Bauer. Schade. Helf mir doch bitte jetzt mal. Ich möchte auch nur das Beste für euch. Ja, ist gut. Nicht funktionieren. Oh, nein. Nicht vom Feder der Firmen. Oh, ich muss das Ding raufwerfen. Flieh! Flieh! Äh, lol. Was muss er... Was bringt denn das? Was bringt mir der Lampenschirm? Hä? Ich hab ne Idee, Leute. Ich hab ne Idee. Ich schmeiß dem Wärter den Lampenschirm an den Kopf. Weil er ja richtig scharf ist hier. Und dann könnte ich weiterkommen. Oder das könnte vielleicht gehen, ja? Was war das? Oh, ja, jetzt bekommst du auch die Fresse, Junge. Das scheint nicht zu funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Das wird auch nicht funktionieren. Verdammte Scheiße. Ist doch ein bisschen blöd hier, ja? Muss ich ja schon mal sagen. Probieren wir es halt nochmal, ganz einfach, ne, Leute. Da kenn ich nix. Das wird so lange gemacht, bis wir da mal weiterkommen hier, ne. Eine Tür. Genau. Können wir hier noch was nehmen? Nein. Das ist echt mit dem Türschlitz hier. Bist du eingef... Nein, bin ich nicht. Nein. Durch. Vielleicht. Verdammt. Ist nicht so leicht, wie ich es mir vorgestellt habe. GameStar hat gesagt, es wäre leicht, das Spiel. Aber... Aha, da hab ich abgebrochene Türschlitzabdeckung. Jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. So. Schnell. Zurück gehen. Und zwar hier drüber. Jump. Und hier rein. In das Fenster. Durch das Fenster. So. Jetzt. Das war nämlich vorher schon richtig, wo ich das da reingeschmissen habe. Schmeißen wir jetzt da rein. Oh nein. Oh. So. Jetzt machen wir das hier davor. Das passt zusammen. Jetzt hat er Pech gehabt. Plötzlich ist es dunkel geworden. Das ist nicht gut. Und jetzt verfluchte Firm ist drin. Oh nein. Oh nein. Scheiße. So. Ja. Das ist nicht gut. Ist okay, Freundchen. Ist okay. Mach mal einen halben jetzt hier. Oh nein. Halt die Schnauze jetzt, ja. Ich möchte dich nicht hören, Freundchen. So. Ich würde schon mal sagen. Ähm. Ah. Stopp. Ähm. Doch, wir müssen runter, glaube ich. Ja, ähm. Das ist ja jetzt zu. So. Was war das denn? Ich würde schon mal sagen, wir tun den Werte darüber in Kenntnis setzen. Äh. Hä? Hä? Wo bekomme ich so einen schönen Lammenschirm? Wo bekomme ich so einen schönen Lammenschirm? Das geht dich nichts an. Gefangene dürfen sowieso keine persönlichen Besitztümer haben. Warum ist das verboten? Wegen der scharfen Kanten. Damit kann man ruckzuck einen Wärter töten. Wortwörtlich? Wer einen Lammenschirm in seiner Zelle hortet, wird strengstens bestraft. Tja, und das hat da drin, der Typ. Deshalb hat er Pech, ne? Komisch. Der Typ im Zelle 31-6 verkauft welche? Zum Spottpreis. Was? Das muss ich prüfen. Das müssen wir auf jeden Fall... Kann er prüfen. So. Wir haben ihn abgelenkt. Sehr schön. Und können uns jetzt das Buch über Kampfkunst nehmen. Sehr schön. Hab es. Das ist also das große Kampfbuch. Aber wieso steht hier Roman? Ja, weiß ich auch nicht, ne? Ist ja auch eigentlich Wayne. Wir müssen ihm ja nur das Buch zurückbringen und gut ist. Dann wäre der Job auch schon getan. Leicht verdientes Geld. Du hast offenbar deine Lektion noch nicht gelernt. Ich muss hier rein. So. Bring hier... Bring wir mal das Buch wieder hierher und... Gut, ist ne. So. Bitteschön, mein Freund. Hier ist dein Buch. Jetzt bist du aber zufrieden. Sieht aber eher wie ein Bilderbuch für Kinder aus. Jetzt hole ich nichts mehr für dich. Schweig, Lehrling. Beginnen wir die Unterweisung. Das Buch sieht wirklich eher wie eine Abenteuergeschichte aus. Schweig. Dies ist das Buch der Meister. Alles, was ich weiß, habe ich daraus gelernt. Alles, was du weißt? Und das ist? Ein fürchterlicher, tödlicher Ninja-Angriff. Und wie man Windmühlen baut. Genug davon. Du musst nun üben, Lehrling. Ja, dann sag jetzt mal, wie es abgeht hier. Oh Mann. So, was muss ich machen, ey? Sag es mir. Gut, zeig uns, was du kannst. Einen wie dich habe ich auch noch nie gesehen. Nein, nein. Versuch es. Nochmal. Und wieder, und wieder. Ja, ich mag... Man kann doch nicht... Und wieder, und wieder, und wieder. Ich kann doch gar nichts machen hier. Ach, das ist automatisch, okay. Gescriptet. Boah, das sah stark aus. Ich meine, wir denken, du bist auf dem richtigen Weg. Du hast es geschafft. Jetzt weißt du alles, was ich weiß. Natürlich, außer, wie man Windmühlen baut. Neue Verteidigung gelernt. Eine simple Abwehr, die höchstens durch ihren Überraschungseffekt Wirkung zeigen kann. Stellene Vogelscheuche. Neuen Angriff gelernt. Besser nicht. Tja, besser nicht. Okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall neue Kampfkünste gelernt. Seltsam. Sehr schön. Okay. ja was soll ich dazu sagen ist auf jeden Fall schon mal nice dass wir das überhaupt können und dann können wir auch gegen den Werther antreten im Kampf mit verschiedenen Techniken und das werden wir dann in der nächsten Folge von Let's Play Check Keen und das Auge des Schicksals tun euch noch einen schönen Tag und bis dann